Da oben. Die Illustrierten bin ich jetzt zu sehen. Meine Laufwand sehe ich. Erst werde ich Filmstar nachher zur Schule gehen. Ich... Ich bin Miss Germany. Allein durch mein Chassis, dass ich das hier erreiche, darin dachte ich nie. Vor einer Woche noch in der Niederfabrik und jetzt die schönste Frau der Bundesrepublik. Ich bin Miss Germany. Durch meine Intellenz, doch gab's bei meiner Wahl ne Menge Turbulenz, weil's in Puerto Rico war. Ja, da gab's ja Kunststück. Wenig Konkurrenz. Ciao. Wow.